Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Zwei kommen Fredchen, also Robin, Janus und Felix sind dazu und wir fangen jetzt los und holen die jetzt mal ab. Luca, freust du dich auf die anderen? Juhu! Outfit-Check. Gefühlt das erste Mal, dass ich richtig Klamotten anhabe. Weil sonst läuft man hier gefühlt nur ein Bikini herum. Na, Pups? Ich auch. Ja, Luca läuft auch die ganze Zeit ein Bikini herum. In der Kamera sieht man mal, dass ich brauner geworden bin. Heftig. Leute, wir haben so ein gutes System fürs Kleider, waschen wir einfach Mülltüten. Da werden die Sachen sortiert reingelegt. Sehr praktisch, ne? Ja. Ja. Let's go. Immer wartet alles auf diesen Herrn, ey. Mann, Mann, Mann. Mit unserer geilen Karre, die natürlich schön abgekühlt steht. Freuen wir uns. Felix, Janus, euer erster Eindruck? Scheiße, ja. Wunderbar. Ey, wir sind gerade bei Lidl. Das einzig Geile hier ist, ja, warum hat Deutschland so das nicht, dass du überdacht bist? Hallo. Fever gehen wir jetzt einkaufen. So, Friends, Robin ist jetzt auch angekommen. Den holen die Karre und ich jetzt auch ab. Und dann machen wir wahrscheinlich Spaghetti, weil wir haben alle, glaube ich, absolut Hunger. Haben ein bisschen irgendwas geiles Essen. Wir haben gerade wieder schön, ich hab's für sauber gemacht. War richtig geil. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal Robin abholen. Leute, wir sind da und wir sehen Robin schon. Robin geht jeden Augenblick an. Da ist mein Lieblingsflättchen. Da ist es, danke. Hi. Hallo. Oh, das ist wahre Liebe. Oh, okay, Janus. Wir haben Alkohol trinken, der Junge. Ja. Ja. Wir haben jetzt lecker Salat gemacht. Lecker Kräuter, Butcher und wir haben von den Airbnb, Vermietern, haben wir einfach Pommes bekommen. Die sind richtig geiles Brot. Und was sind das jetzt genau für Spieße? Ja, die sehen so geil aus. Und ja, jetzt gönnen wir uns erstmal. Habt ihr Bock? Ja. Ah ja, und die haben irgendeinen Rotwein oder so, die auch mitgebracht hat, der zehn Jahre alt ist. Die sind so lieb, naja, das ist unfassbar. Hi. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie cringe. Wie cringe. Wir haben jetzt geil gegessen. Wir bringen jetzt den Müll weg irgendwo am Arsch der Welt. Geil, Janus. Und dann, weiß ich nicht, ob wir, trinken wir noch was heute? Saufen. Morgen schmeckt euch an. Das ist zu grün. Das kann ich so nicht reinschneiden. Gutes Zeug. Geht gut, Rona. Das bringt auch nach. Das schmeckt so geschützt. Oh. So Leute, start auch mit dem Vlog. Gestern haben wir eigentlich nur am Pool gechillt. Wir sind auch relativ, relativ früh schlafen gegangen. Und ja, lasst euch immer sehr gerne ein Like da. Ein Kommentar. Und noch was geht's weiter. Und ciao. Tschaui. Du bist alles, was ich brauch. Egal ob Tag, ob Nacht. Du bist alles, was noch fehlt. Und das noch Jahre lang. Du bist dieses eine Stück von mir wie Ying und Yang. Du bist alles, was ich will. Ich hoffe, wir bleiben ganz. Du bist alles.